Hallo zusammen, liebe Mitglieder. Wieder heute ein Mobility-Programm, Tag 12 heute. Und zwar haben wir Schwerpunkt wieder in die Schulterbrust und wir sehen uns bei der Erstübung. Und zwar machen wir hier 5 Sätze an 5 Atemzügen. Für die Erstübung braucht ihr einfach einen Stuhl und wir legen gleich los. Die Handfläche hochdrehen, däumen hochdrehen, die Arme strecken und dann in die Tänung hineingehen. Und 5 Mal Atemzügen. Kurze Pause. Kurze Pause. Und zwar. Kurze Pause. Und was ich auch noch gesagt habe am Anfang wichtig. Schaut, dass ihr vor diesem Tänungsprogramm wieder Hilfe und Übungen gemacht habt. Und dann gehen wir zum dritten Satz. In der zweiten Satz. Agal. Vielen Dank. Der vierte Satz. Und noch der letzte Satz, Satz fünf. Ja, hallo zusammen. Wir kommen heute wieder mit einer Übung, und zwar für die Schultermobilisation. Das braucht ihr hier ein Stecken oder ein Messer. Und wir gehen hier mit fünf Sätzen an fünf Atemzügen. Wir wechseln immer von rechts nach links. Und ja, wir starten gleich. Heute noch eine kurze Erklärung für den Einstieg. Und zwar geht es am einfachsten. Wenn ihr den Stab einfach von euch so streckt. Dann könnt ihr den Hintern runternehmen. Ich zeige es noch von Seiten. Dann könnt ihr hier die Schulter positionieren. Und hier wirklich gut halten. Und dann könnt ihr mit diesem Teil hier drücken. Dann drücken wir das Licht hoch. Und so kommt ihr in diese Position hinein. Wir starten gleich mit den privaten Zug. Los. Los. Super. Und dann switchen wir wieder. Ebenfalls wieder von euch hin zu haben. Irgendwie runter. Dann packen. Positionieren. Schultern. Und dann wieder dehnen. Und dann wieder dehnen. Top. Wieder andere Seite. Das Mal nehmen wir eine etwas andere Position ein. Also. Das Stecken kommt genau am gleichen Ort her. Das Mal haben wir den Arm da vorne gehabt. Jetzt gehen wir so etwas auf die Seite rüber mit dem Arm. Wir versuchen hier verschiedene Winkel. Verschiedene Positionen. Durch. Zu mobilisieren. адden. So. Perf. Ansch�. Perf. 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 Vielen Dank. Noch zwei Sätze. Jetzt könnt ihr für die letzten zwei Sätze noch ein bisschen dort reingehen, wo ihr das am meisten gespürt habt. Jetzt geht das ein bisschen los. So. So. Und der letzte Satz. Super. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. So. Next one. Innen- und Ausserrotation von den Schultern. Mobilisieren. Rechte Arm, Handfläche gegenüber. Linken Arm, Handfläche gegenüber. Und wir machen 20 Wiederholungen. Innen- und Ausserrotation. Jetzt drehe deine Schultern. Ohne dass der Oberkörper so mitdrehe. Wirkt nur ein Gate. Das war eine Wiederholung. Bis zum Maximum. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Sieben. Ocht. Nün. Zehn. Elf. Zwölf. Drinzehn. Vierzehn. Zwei. Zwei. Fünfzehn. Sechzehn. Ist schon anstrengend. Damit ich voll ans Limit geräte. Sechzehn. Achtzehn. Sechzehn. Zwei. 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 Dann kommen wir zur nächsten Übung. Die sogenannte Flanken. Weder. nicht so ein länges Tüchchen hat, wenn ich jetzt zusammenknüpple und dann geht er wieder an eine Stange oder an einen Baum geht beides eigentlich gut Nehmt das ein bisschen höher hoch da hier ein Tüchchen wenn man es da schaffen hat dann unten nehmt ihr den Vorderfuss auf die gleiche Höhe wie der Hingerfuss den oberen Arm hier möglichst strecken und jetzt reinlegen 5 Atemzüge Super längere Trainingsübe die Schultern und dann den Seitenwechsel den oberen Arm immer bis dahin den Kopf ziehen je weiter dahin den Kopf desto besser gut gut nächste Seite wieder die Seite geht mir wesentlich besser und nochmal diese Seite und dann haben wir diese drei Mal 5 Atemzüge und dann kommen wir heute noch auf die Bonus Challenge für das bräuchte und zwar geht es darum heute zu üben am Overhead Squat also das heisst eigentlich die erste Übung die wir gemacht haben beim Eingangstest das ist glaube ich die erste nein der erste ist der Knist der dritte ist es sie in der Übung also dort ein bisschen dran zu arbeiten so 5 bis 10 Minuten heute Zeit nehmen für dort verschiedene Griffbreite zu variieren zu arbeiten dran kann ich das nochmal schnell vorzeigen so dass man alles sieht ja von an also ganz breit nehmen das ist natürlich einfacher und dann kann ich auch wieder die Hockey runter kniebeugen dann darf ich etwas enger nehmen und so langsam etwas schaffen durchspielen das Ganze da ist es so 5 bis 10 Minuten für euch üben macht nichts wenn ihr nicht so weit in die Hockey kommt wichtig ist dass ihr dort trainiert wo dir steht und dort probieren ein wenig es rein zu bewegen dann wünsche ich viel Spass respektive ich hoffe es hat mir gefallen und wir sehen uns morgen wieder bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal